Hat der niederländische Geheimdienst AIVD unseren YouTube-Kanal gehackt oder löscht ein YouTube-Mitarbeiter unsere Videos? Der Grund, warum wir diese Frage stellen, ist, dass die Videos, die wir auf unseren YouTube-Kanal hochgeladen haben, gelöscht wurden, und als wir nachforschten, wurden die gelöschten Videos wiederhergestellt. Der niederländische Staat, die Regierung und die Polizei, die die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die unaufgeklärten Morde und die individuellen Völkermorde, die vom AIVD, dem mörderischen Geheimdienst der Niederlande, begangen werden, nicht untersuchen, wischen die Videos, die wir auf unserem YouTube-Kanal veröffentlichen, oder lassen sie von jemandem löschen. Der AIVD, der mörderische Geheimdienst der Niederlande, hackt unsere Social-Media-Konten, um seine Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu vertuschen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.